Hey, hey, hello there, jetzt kommt eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich war mal in New York und ich habe meinen Pass verloren. Und dann konnte ich nicht nach Hause. Die vom Flughafen haben mir dann ein Taxi vom Flughafen bestellt. Jetzt, der jamaikanische Taxifahrer war ein sehr spezieller Mensch. Sie bestellen mir das Taxi, ich sehe den Fahrer nicht. Ich steige einfach mal ein. Und den Fahrer, ich sehe ihn. Er läuft zu mir hin und hat so lange Dreads. Er kommt dann zu mir ans Fenster, klopft. Ich schaue rüber und dann sagt er, Ja gut! Ich schaue raus und sage, Yes, I'm good. Dann steigt das Auto ein. Eigentlich! Er konnte einsteigen und hinschauen und mich fragen, wie es mir geht. Aber warum man immer einen gefühlt hat, er muss mir das vorher fragen. Who knows? Der Film war ein Verfahren. Und dann irgendwann wollte er mich kennenlernen. Er schaute zu mir hin. Er meinte, Hey Mann! Hey! Und ich sitze gerade nebenher. Ich weiß nicht, warum er so geschreut. Are you from Jamaica? Ich schaue vorne und sage, No, I'm not from Jamaica. I live in und echt. Nein! 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 Okay. Dann fahren wir ein bisschen weiter. Dreads. Nein! Das ist das. Ja! Das ist das. Ja! Das ist das. Und ich bin ein одно, wie ich die Hallein. Ja! Nein! Nein! Niiiil Niiil Schleckon Da 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 Jaa ist Jaa ist Jaa ist Jaa ist Jaa Jaa BOMBAT LAD BOMBAT LAD You need to watch where you're going They're crazy